Okay, wir reagieren auf ein neues Video von Satter Hugo. Ich bin auf dem Thumbnail drauf und das Video heißt Ansage an Trimax. Bin ich gespannt, dann hab ich Bock. Wenn euch das gefällt, abonniert gerne den Try Reaction Kanal, um da nichts zu verpassen. Ich geh raus, der Geil. Wir suchen lieber eine neue Runde. Was läuft, was läuft. Willkommen zum nächsten Video. Einzelne Chat wäre Vita, wer es schon probiert hat. Einzelne Chat wäre noch nicht. Das war euer Tag heute im Chat. Eins in den Tag, wenn ihr einen guten Tag hattet. Zwei in den Tag, wenn ihr... Schnitt, Standbild, Zoom, Effekt aufs Gesicht, Lost, Musik. Go the misery. Und zack, weil Satter Hugo zu sehen. Mario Party hätte auf jeden Fall auch... Hätte ich auch richtig Bock mit euch in der Konzentration. Und vielleicht auch nochmal Mario Party probieren. Das ist halt so ein richtiges, schönes, altdeutsches Badezimmer. Das ist so ein richtiges, schönes, altdeutsches Wohnzimmer. Macher kommt zum Beispiel von Eli. Du siehst aus wie Macher. Er sagt immer wieder Macher, dann nutzt die deutsche Jugend. Jeder nutzt das Wort Macher. Monte sagt, Bruder muss los, Nasen bluten. Bruder muss los, Nasen bluten. Auf einmal hat die komplette deutsche Jugend, hat einen Bruder und Nasen bluten. Und man muss los. Aber wo kommt denn Uff her? Was ist passiert? Also wie soll man ein Headset mit einer Hand aufziehen? Ich gehe zuerst mit dem Kinn rein. Jetzt habe ich es schon mal hier. Ja, Friese verkackt. Verloren. Ist aber auch schwer. Von 187 sagen viele Uff. Ganz deutsch, der sagt Uff? Was ist wieder das für ein Song? Kennst du bestimmt die 187 Straßenbande, oder? Ich kenne sie vom Namen, weil immer wenn irgendwie ein Tower von mir 187 Leben hat, dann spammen wir alle 187. Also ich weiß, dass das eine deutschsprachige Band ist. So. Mod TÜV. Ist auch offiziell. Wir haben es schon oft besprochen, es ist eine Band. Es sind vier Musikanten. Vier Leute, die Sprechgesang betreiben. Gruppieren sich zusammen und machen gemeinsam Musik. Definition einer Band. Fünf? Gut, dann sind es fünf. Weiß ich doch nicht. Hallo, hier ist der diesjährige TÜV-Check. Hüien. Keine Mod-Funktion Check. Funktioniert super. Kommen wir zum nächsten Test. Bunmi. Ich dachte, Mod. Mod TÜV besperrt. TÜV bestanden. Fossa-Bot funktioniert einwandfrei. Mods laufen auf Hochtouren. Bis zum nächsten TÜV-Check. TÜV bis 13.05.2025. Unterzeichnet vom Mod TÜV-Check Süd. Wir spielen jetzt hier Geo-Guessr, oder wie die Schicksal heißt. Famous Cities. Okay, play. Hm. Hm, Bio-Company, okay. Das ist doch, warte mal. Auf jeden Fall Deutschland, das sieht man sofort. Das ist ja klar, wie ich los würde. Müssen wir nochmal weiter in die Körperkumpen gehen. Interessant, Straßenschild. Hm, Galeria Kaufhof, das interessiert mich auch nicht. Naja, entweder flieh ich jetzt auf die Fresse. Ich glaube, das ist mein nächster Gang. We've got no flex to go. Berlin, was geht abseite gut drauf, oder was? Monte ist geheim insolvent. Nein, das ist Apo-Rack, Digga. Nicht Monte. Aber einen noch sagt, die Sache müssen wir noch hinten. Hühlmaus, Knopfaugen, lange Nase. Wer könnte das sein machen? Keine Frage. Mach! Bruder, mach es jetzt. Du kannst mich nicht im Stich lassen. Äh. Das kann man aber auch nicht machen. Hätte ich auch nicht gemacht. So, klar. Er kann sich irgendwas ansehen und dann muss man weiter singen. Das geht nicht. Bro, das machst du gerade extra. Aber du genießt es gerade. Mach es jetzt. Nein, Bruder, ich finde es jetzt gerade so. Also, fühle ich nicht so. Du bist so ein Lügner, Digga. Es ist ein Wahnsinn, Bruder. Prostitution. Bist du Pinocchio doch oft schon gewohnt. Ah. Wir haben alles selbst gemacht, weil ich mich gar nicht so aufschaffte. Ich diskutiere jetzt hier nicht mit euch. Das bleibt alles jetzt so, wie es ist. Das bleibt jetzt, Digga, einfach wie der Psycho-Andreas. Das bleibt ja alles so, wie es ist. Alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran röseln. Egal, ob du hier bist und nicht. Digga, leckt das da wieder die ganze Zeit. Ja, ne? Ja. Frag mich, warum es leckt. Der Schein hat Hoffnung. Digga, die Kommentierenden. Donnie und Monte guckten auf seinen Bettschein. Das eine Spiel hat mich kaputt gemacht. Das ist so fürchterlich. Mehr Geschmutz, Digga. Erstmal Scheine checken die einer. Klar, Digga. Natürlich, selbstverständlich. Jo, ne Schame, drei, moin Monte, hier bin ich wieder. Ich war lange im Urlaub, aber jetzt habe ich wieder einen Witz für dich. Deine Tipp, die Bescheine kommt. Wäre mir zu dunkel, beziehungsweise zu viele Fester. Ja, was denn jetzt, Digga? Haha, geil, Digga. Wieso jumpen denn jetzt alle? Monte ist random bei sich im Stream gesprungen. Der springt einmal so alle drei Monate oder wenn der tanzt und sich freut. Dann habe ich gesagt, Wahnsinn, wie hoch der springen kann. Dann war das in einem Clip und jetzt springen alle Streamer und springen wegen eines Kommentars. Finde ich cool. Ja, wir haben Trend gestartet zusammen hier mit Hugo. Gut gemacht, Hugo. Das ist schön, die Streamer springen. Nächste Challenge an alle Streamer. Wir warten von euch, dass ihr das hier macht. So und so. Digga, das gewinnt Monte schon wieder. Ich kann nicht mal meinen Knöchel auf mein Knie legen. Warum kann der das denn? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Kann der auch? Dann kann man sogar. Ich, ich, ich. Das habe ich früher immer mit meiner Oma geübt. Ja, ja. Hahaha. 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 Ansage gegen Trimax. Mein Ziel ist es, Max so eine zu verfassen, dass der nur noch Clash Royale wiegt. Die News bringen. Determination to conquer all my ambitions. All night long. I'm not this happy to win. I get down. Moin Leute, Trimax hier. Schlechte Neuigkeit. Acht Wochen gibt's. Acht Wochen nicht zocken. Moin Leute, Trimax hier. So viele Leute haben sich für Jahre Heyday gewünscht. Jetzt ist es soweit. Ich habe eh nur einen Abend. Ich kann nur Mobile Games machen. Ich musste hier gerade für 12 Cent Samen kaufen. Deswegen habe ich jetzt erstmal 1000 Euro reingebottet. Wir haben 40.000 Diamanten. Aber da werden noch viele folgen. Du hässlicher Sprach. Hör auf in jedem Game zu paint. Da komme ich mal mit aus den YouTube-Trends. Mein Daumen. Ich habe auch gar nicht gepaint mit dem Gips. Wie? Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiße. Ich habe mittlerweile meinen linken Daumen abgespeichert. Das war das schmerzhafteste 6-Euro-Paint, das ich jemals hatte. Kann das jemand mal ausrechnen, was 600 Diamanten kosten? 20 Euro. Das sind mehr als 20 Euro einmal hier verbessern. Das ist Südamerika. Oh, hat er nicht richtig gestellt. Sein Ziel war es, von Mickey mir so eine reinzuhauen, dass ich nur noch Mobile Gaming Streams mache. nur noch Clash of Clans spiele. Aber ich habe ihnen ja so eine reingehauen, dass ich nur noch Clash of Clans spiele. Da dachte ich, da kommt noch so ein Ding. Also es war fast richtig. Okay. Irland. Das haben wir gerade gelernt. Rechts ist grün, nach Irland. Kleiner Spoiler zum Samstag-Chat-Geprüstler. Es geht um dadurch, dass Inscope sein Kind bekommen hat und so und Taddel ja auch schwanger ist. Ich sag Tunesi, no, beginnt nach. Das haben alles die gleiche... Hätte ich gewusst, aber kam nur kurz eingeblendet, wurde schon gesagt. Ja, ist auch die Hacker. Ich bin auch sagender. Ja, Italien. In Afrika-Bereich. Ungarn. Okay, das müssen wir schnell löschen. Oh mein Gott, wie kam ich auf Italien? Der sieht cool aus, der Gürtel. Aber der hat innen einfach Fell. Der hat einfach Fell innen. Habe ich gerade Fell gegendert? Fell innen, ja. Damit sind alle männlichen und weiblichen Fälle gemeint. Das wird ein Easy-Clap sein von Kev. Der White-Mode ist so white. Holy shit. Leute, die freiwillig White-Mode drinne haben, die gehören lebenslange im Knast. Ey, sag mal, Stream-Chat, wie haltet ihr das auf? Habt ihr gerade eine Sonnenbrille auf, Mann? Warum fressen Eisbären in ihrer Heimat keine Pinguine? Keine Ahnung, du. Was spielen da alle? Was spielen da immer alle? Wie heißt das? Das machen alle. Das muss ich dann auch machen. Das passt auch für mich. Ich kann eh nicht zocken. Idiotentest. So. Ja. Richtig. Richtig. White-Mode. Willst du, dass wir alle erblenden? Bro, glaubst du, ich kann das hier irgendwo ändern auf der Webseite? Das ist irgendeine Internet-Webseite. Das ist ja keine App oder so. Wenn ich über dich bestimmen darf, dann gebe ich dir die Aufgabe, deiner Freundin eine richtig schöne Fußmassage zu geben. Oder ich habe an die Community gedacht. Hallo. Naja. Absolut. Ey. Was ist das für eine Schließe, Junge? Was ist das denn? Also damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Hast du schon mal seine Füße gesehen? Irgendwann habe ich auch seine Füße gesehen. Doch, doch. Deine Füße sind halt auch ganz schön. Aber seine Füße sind halt echt so echt cool. Coole Füße hat er. Ich stehe auf Füße. Ich stehe auf Füße, ja. Ey. Ja? Was hörst du? Montana Black, wo bleiben sie? Das war ein tolles Video. Bin begeistert.